Wunderschönen guten Tag, ich hoffe euch geht es allen gut, ihr seid alle gesund und verbringt so viel Zeit wie es geht zu Hause. Das ist bei mir heute auch das Thema und zwar folgendermaßen, ich war vorhin kurz unten, hab den Müll runtergebracht und hab auf der Straße auf jeden Fall sehr viele Menschen gesehen, auch in Gruppen. Und ja, irgendwie dachte ich, okay, ich halte mich da wirklich seit fast schon Wochen jetzt dran, dass ich so viel Zeit wie möglich irgendwie zu Hause verbringe. Also alles in einem normalen Rahmen so, ich gehe trotzdem raus, ich gehe einkaufen. Eigentlich kann man dieses ganze Thema auch gar nicht mehr hören, gar nicht mehr lesen, aber irgendwie hat es mich dann heute doch wieder irgendwie gepackt, weil ich gedacht habe, ey, warum versteht der Großteil der Menschheit es nicht und hält sich einfach mal an die Regeln so. Ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt, weil ich vorhin auch dachte, ey, ich habe eigentlich auch Bock raus zu gehen, ein bisschen spazieren gehen, vielleicht auch dabei zu streamen, aber jetzt habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal den Bußgeldkatalog an, um was es da wirklich geht und will den auch mal mit euch teilen und ihr könnt gerne auch in den Kommentaren das Ganze heiß diskutieren. Könnt auch mal bitte reinschreiben, wie bei euch die Situation ist. Sind bei euch viele Menschen auf der Straße? Halten sich die Menschen dran? Also in der Gegend, wo ich wohne, würde ich sagen, die Leute sind trotzdem noch draußen, hängen auch in Gruppen draußen ab, sitzen in Parks. Genau, deswegen habe ich mir jetzt mal hier auf der Seite von der BZ, Überschrift war, BZ erklärt den Corona Bußgeldkatalog, was darf man noch tun und was nicht. Habe ich mir mal hier die Seite geöffnet und werde mir das jetzt mal durchlesen mit euch zusammen. Und wie gesagt, ihr könnt in den Kommentaren auf jeden Fall das heiß diskutieren. Und mich würde wirklich interessieren, wie bei euch der Stand ist. Ist es jetzt nur hier in Berlin oder ist es im Rest von Deutschland auch so, dass die Leute denken, ey ne, du, ich gehe raus, ich lasse mir von niemandem was verbieten. Ja, was soll man dazu sagen? Also die allererste Überschrift lautet hier, darf ich jetzt noch ein Picknick im Park machen oder auf eine Bank Platz nehmen beziehungsweise beantworte die wichtigsten Fragen. Okay, das ist jetzt natürlich hier von der BZ auf Berlin natürlich bezogen. Und die fangen an mit Sonnepark und einer Molle. Damit die Hauptstadt auch am Wochenende die Krisenregeln einhält, hat der Senat gerade nochmal die Corona-Verordnung verändert. Okay, lesen wir uns durch, schauen wir uns an. BZ erklärt, was erlaubt ist und was nicht. Darf ich ohne Perso rausgehen? Antwort ist, ja. Der Senat hat die Ausweispflicht wieder aufgehoben, Bußgelder gestrichen. War zum Beispiel auch eine Sache, die ich nicht wusste. Also man darf ohne Perso rausgehen? Okay, nächste Frage. Darf ich auf einer Parkbank sitzen? Ja, aber nur zur Erholung nach einem Spaziergang oder dem Sport und nur alleine. Mit den Personen aus dem eigenen Haushalt oder einer weiteren Person. So steht es in der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus. Mindestabstand 1,5 Meter zum Nachbarn. Wenn man alleine rausgeht und vielleicht streamen würde und dann auf die Parkbank sich setzt, wäre keine Person dabei. Abstand von 1,5 Meter, kriegen wir hin. Auf einer Decke im Park sitzen. Auch das ist unter den üblichen Vorgaben erlaubt. Unterschied, es gilt ein Abstand von 5 Metern zur nächsten Familie. Nächste Frage. Im Park grillen. Naja, ich meine, das ist jetzt natürlich, ich glaube, das beantwortet sich von selbst. Hier steht, nein, Wurst und Steaks sind höchstens im heimischen Garten erlaubt, ohne Partygesellschaft. Partygesellschaft ist natürlich ein duftes Ding. Super Thema. Müssen wir jetzt erstmal auf die Warteliste setzen. Einen Picknickkorb mitnehmen. Ich glaube, ich besitze gar keinen Picknickkorb, aber wir schauen auf die Antwort. Ebenfalls nein, die Verordnung verbietet auch offene Speisen. Okay, haben wir verstanden. Nächste Überschrift darf ich. Ein Bier trinken. Ebenfalls unklar. Ein Park gezielt zum Trinken ansteuern ist nicht erlaubt. Wenn Sie die Flasche aber auf dem Spaziergang für die Pause mitführen, könnte es durchgehen. Im Einzelfall entscheiden immer Polizei und Ordnungsamt, was Sie sagen gilt. Na super, da haben wir natürlich dann wieder die Situation, was für eine Tagesform der Kollege oder die Kollegin vor Ort hat. Also am besten ohne Flasche Bier spazieren gehen. Nächste Überschrift. Darf ich im Park mit meinen Kindern oder meinem Hund mit einem Ball spielen? Ja, das ist Sport und ein Teil der Hundebetreuung. Teamsport hingegen ist tabu. Gruppenbildung nicht erwünscht. Also das sollten wir mittlerweile auf jeden Fall alle verstanden haben, dass wir, wenn wir rausgehen, alleine rausgehen und wenn wir nicht alleine rausgehen wollen, maximal mit einer weiteren Person. Das Nächste. Darf ich nach Brandenburg fahren? Nein. Die Corona-Verordnung besagt, dass sich alle Berliner in ihrer Wohnung aufhalten sollen. Ausnahmen gibt es zum Arbeiten, Einkaufen oder Spazieren gehen. Haben wir auch verstanden? Denke ich, ist jetzt auch nichts, was uns vom Hocker haut. Und viele Dinge hier, die sich natürlich von selbst beantworten lassen. Aber die eine Sache mit dem Ausweis wusste ich nicht. Und wie gesagt, mich hat es vorhin echt verwundert, wie viele Menschen sich draußen aufhalten. Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch aussieht, wie da der aktuelle Stand ist. Ich verstehe wirklich nicht, warum man sich da nicht dran halten kann. Und ich muss ehrlich sagen, es wird jedem anderen auch so gehen. Ich finde das Thema mittlerweile sehr anstrengend. Man kann dieses Wort gar nicht mehr hören, gar nicht mehr lesen. Trotzdem natürlich beschäftigt es einen jeden Tag oder man ist damit jeden Tag in Berührung. Das erste war jetzt Quelle BZ, also die Webseite. Außerdem habe ich jetzt nochmal geschaut bezüglich Bußgeldkatalog. Findet man ganz gut auf welt.de. Die haben da eine Auflistung der einzelnen Bundesländer. Und das schauen wir jetzt einfach mal bei Berlin nach. Und zwar steht hier folgendes. Nach einem beschlossenen Bußgeldkatalog werden 25 bis 500 Euro fällig, wenn sich Menschen in Gruppen von mehr als zwei Personen zusammenstellen und sich womöglich den Aufforderungen der Polizei widersetzen. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung oder Unterkunft ohne driftigen Grund kann mit 10 bis 100 Euro geahndet werden. Die Ausgangsbeschränkungen sind zudem bis nach Ostern verlängert worden, bis zum 19. April. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren, ob sich die Menschen an die Auflagen halten. Also ich denke, das ist dann auch wieder eine Sache vor Ort, je nachdem wie man sich verhält. Aber im Endeffekt weiß ich auch wirklich nicht, was daran zu schwer ist, sich einfach jetzt mal vorübergehend in der aktuellen Phase an diese Regeln zu halten. Ich habe wie gesagt vorhin gesehen, dass es nicht so ist hier. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, wie bei euch da der Stand ist, wie es bei euch vor Ort aussieht, ob sich die Menschen daran halten, was da auf den Straßen los ist. Eine andere Sache noch, bei dem ersten Podcast habe ich gesagt, es wird erstmal nur auf YouTube hochgeladen. Ich lade die Podcasts jetzt auch noch parallel dazu auf Soundcloud hoch. Link ist auch in der Videobeschreibung. Und ja, wie immer, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, Abo auf YouTube, Follower auf Soundcloud und den komplett anderen Plattformen. In diesem Sinne, lasst uns einfach an die Regeln halten. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Seid lieb, bleibt gesund und bis ganz bald. Ahoi.